Er hat zu mir gesagt, schließ die Augen, stell dir eine Person vor, die, was du siehst, eine Person war eine weibliche Person und was siehst du? Dann habe ich gesehen, sie hat ein Bein kürzer wie das andere. Dann hat er gesagt, mach die Beine gleich lang. Und dann habe ich in meinen Gedanken die Beine gleich lang gemacht. Ja, dann hat er gesagt, okay, danke schön, mach die Augen auf. Und wir haben gerade mit dieser Person in der Türkei telefoniert. Die hatte nicht mal eine Ahnung. Die hatte keine Ahnung, was wir gerade machen. Und ihre Beine sind gleich lang. Es ist ein Wunder.